schon krass hier was ich alles mache ja man krass krass ja krass Ja, ja, das ist krass. Danke. Mensch, da habe ich ein bisschen von mir selber impressed. Uiuiui. Ist das nicht immer? Ich kann ja immer noch zu dir rausgucken, obwohl es unter Wasser ist. Geil. Nee, nee. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Wenn du dir raufgucken... Wenn ich eine Base unter deiner Base... Was? Ja, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Nee. Nicht? Das war eine schlechte Idee. Ampeln sehen wir uns immer. Merkst du auch jetzt, oder? Ja, stimmt. Das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. Oder was wolltest du damit sagen? Ja, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt. Okay. Ach, Krake. Der macht das jetzt immer so. Ist die Rakete beleuchtet, oder ist sie nicht beleuchtet? Nö. Doch. Hä? Nee? Nee, was stimmt? Hä? Nee, muss nicht beleuchtet sein. Oh, nee. Ach so, nur so ein bisschen. Also ganz leicht kommt da Licht raus. Okay, willst du schlafen? So. Lass. Warum einfach reitest du an dein Maul, Alter? Los! Immer so schnell, immer so fast. Wo habe ich mein Bett überhaupt platziert? Die nicht. Ernst? Wo war es auf dem Penis? Nee. Nee? Das wird... Nee, nee. Wo habe ich mein Bett denn? Willst du mich verarschen? Nee. Hä? Ich habe einen Bug? Doch nicht. Ich glaube, ich war zu unfähig. Wo habe ich das Bett denn? Also jetzt ernsthaft? Weiß nicht. Ach, das ist in der Rakete immer noch, glaube ich. Ich dummach hin. Ist es da, wo ich es platziert habe? Das gibt es hier gar nicht. Kick. Der Monster ist näher Bi. Oh, Hunde-Entführer. Ich bin kein Hunde-Entführer. Ich bin kein Kackbun. Findest du witzig, ne? Hast du früher schon drüber gelacht? Ja. Komischer Tipp. Ja. Er lachte mir über unlustige Sachen. Und über mich. Sorry, ich lach dich aus. Ist korrekt. Nee, mit mir, oder? Nee, ich lach dich aus schon. Ist schon korrekt. Ach so. Ist auch gut. Ist okay hier? Ich denke schon, ja. Ach, Bratan. Musst du mal machen. Janis, Stalda. Janis kannst du machen. Äh, wer sind sie jetzt genau? Bratan. Ach so. Klingt hot. Ja, das bin ich auch. Äh, warte mal. Äh. Schon wieder so einer. Einer? Nee. Ich glaube nicht. Klingt es wie jemand, den ich auf dem Tomb-Parkplatz kennenlernen würde. Ja, findest du lustig, ne? Ja, ja, ja. Ja, ein bisschen traurig eigentlich, aber ja. Ja, ja, das schon. Das stimmt. Ja, ne? Ein bisschen traurig. Ja doch. Ja, ne? Ein bisschen traurig. Ja. Ne? Ein bisschen traurig. Weißt du, was noch ist? Ein bisschen traurig? Nee, ein bisschen witzig. Gott schade. Junge, kannst du bitte die scheiß Treppenrecht platzieren? Ach, Junge! Platzi dir so viel, ich will! Ich komm gleich. Hä? Äh. Zu dir hin und schlag dich, würde ich sagen. Bitte nicht. Ich bin schon wieder. Ach, das ist mit dem Schlagen, ne? Ja, genau. Das war so eklig. Alles war in den Haaren. Mit meinen schönen, wunderschönen, langen Haaren. Okay. Jetzt wird's weird flex. Jetzt wird's weird flex. Hast du was dagegen? Ja. Warum? Ne, Mom. Hä? Lucy. Du spielst Minecraft, oh mein Gott. Wow. Ja, jeder spielt Minecraft. Bin eins nicer Profi Minecrafter Bitch. Sitz 2.11. Schreib Sitz 2.11. Dann hat die Respekt. Ich suche seit Ewigkeiten jemanden, der mit Minecraft spielen will. Dann suche weiter. Schreib, wir spielen kein Minecraft. Ich habe geschrieben, wir spielen kein Minecraft, das ist Terraria. Ich verstehe das doch echt, also ich verstehe es halt nicht. Also ich meine, er hat ja offensichtlich damals mit uns gespielt und ist für so gut empfunden, dass er jeden Tag gespielt hat mit uns. Und der anderen in der ganzen Klasse. Er hat alleine gespielt. Ja. Jetzt verstehe ich das nicht, was das jetzt soll. Ist das zu uncool? Das ist zu weich. Schätzt du denn die ganzen Battle Rapper nicht mehr? Sagt dann Bushido, was für ein Loser er ist, oder was? Bushido. Hä? Imagine. Sie hat einen Daumen hochgegeben auf meinen, so ein Loser. Man kann auf Discord Daumen hochgeben. Ist die doof? Was denn? Ich schreibe, wir spielen kein Minecraft, das ist Terraria. Sie schreibt, hm? Fragezeichen. Egal, ich antworte da schon nicht drauf, das ist mir zu doof. Wieder. Frauen sind einfach doof. Ja, ja, Frauen. Oh, die Frauen. Höh! Wo ist sie denn her? Ah. Betreibe beruflich Frauen-Shaming. Kennst du? Ich hab grad nicht zugehört, was? Ja. Ne, ich hab grad mein Cover nicht aufgehabt. Wie gesagt, ich betreibe beruflich Frauen-Shaming. Kennst du? So, ich dachte, wir müssen Frauen-Schläger. Ja, nee, das ist nur nebenberuflich. So. Okay. 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 Kann man sowas lernen, oder? Das ist eine vierjährige Ausbildung. Vierjährige. Okay. Und Gehalt technisch so, ist das? Sieben Frauen. Pro Tag. Die man schlägt. Ja. Das ist auch dein, gleichzeitig dein Gehalt. Bezahlung. Woman coin. Kann man davon leben, eigentlich? Ja, ja, woman coin. Ja, ja, woman coin. Held. Ist kryptisch veranlagt. Hier zur Sache. Krypt ist das so mit, mit, äh... Ja, illegal, genau. Aber ist dieses Internet, glaub ich, ne? Ja, 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 ja. Äh, kenn ich nicht, also... Ist noch nicht ganz ausgereift, die ganze Geschichte. Nee, dachte ich mir doch. Da kann man... Ist gefährlich, sag ich dir. Ja, ja, ja. Und böse vor allen Dingen, auch. Ja. Neuland, hab ich, hab ich sagen lassen. Auch, ja, ja, genau, richtig. Manche sagen auch Schmäuland. Echt? Ja, 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 ja. Ist aber gewagt. Huhuhu. Huhuhu. Das gute Schmäuland, Alter. Schmolland? Versteh ich nicht. So, bitte hier weggehen. Okay. Gehört, Alter. Gehört, Alter. Oh, hier ist er ja gepasst, Alter. Oh, hier ist er ja gepasst, Alter. Oh, wunderbar. Wunderbärchen, glaub ich, ne? Wunderbärchen nicht. Nee. Stand aber mal im Skript so. Nee. Hältst du dich nicht ans Skript? Nö, nö, nö. Müsst ich nicht. Ich dachte, ich hab noch die Papiertüte hier. Hätt ich das jetzt zerknüllt, du. Ich hab gesagt, scheiße. Und dann... Funny gewesen. Ja, man. Lass noch bis fünf nachmachen. Also eine Minute. Warum? Weil das witzig war. Wird's echt auch... Nee, aber... Ja... Nee, aber Real Talk. Ja, aber ich hab... Nein. Ich hab Joel vorhin erzählt, dass wir morgen zusammen spielen können. Ja, okay. Und es haben... Also ich kann... Es hat schon viel jetzt ohne die gemacht. Also Pip hat's verdient. Ganz klar. Find's nicht? Doch, doch. Ja, stimmt. Ich wusste es doch. Ich dachte schon, damit kann ich nicht alleine stehen mit der Meinung hier. Pip der Pisser. Der... Das... So nennt man die in den Fachkreisen. Pip der Pisser. Ja, ich war bei der Arbeit von dem. Echt? Echt? Die haben mir was erzählt. Weißt du, was die gesagt haben? Was denn? Pip der Pisser. Oh, oh. Echt? Ja. Ja, wirklich. Krass, krass. Gott ist der lieb. Pip. Pip. Hast du dich eigentlich Pat 7 ist 1 genannt, weil du auch so ein Pip-Fan bist? Oder... Irgendwie erinnert mich der Name immer da dran. So wegen der P. Ich bin jetzt nicht... Das ist doch dumm. Ich sehe da so viel Zusammenhänge, du. Oh Gott, lass doch schlafen gehen und dann... Ich sehe da... Ich sehe da so viel...